An allen Produkten von KleinBasel, ganz besonders an den Taschen, schätze ich, dass sie mir sehr gefallen. Dass sie mir sehr entsprechen von den Modellen. Gerade dieses Modell habe ich mir vor über 15 Jahren gekauft. Ich brauche es immer noch, also immer noch sehr, sehr gerne. Und es ist für mich als Konsumentin wichtig, dass ein Produkt in der Schweiz hergestellt wird. Und für meine Meinung stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut bei KleinBasel. Ich bin sehr gerne auf Reisen. Und ich finde Kleider unglaublich praktisch, wenn ich auf Reisen bin. Sie brauchen nicht viel Platz im Koffer. Wenn ich ankomme, kann ich Kleider einfach aus dem Koffer rausnehmen, aufhängen. Ich muss nichts glätten. Und ich kann am Morgen mit Flip-Flops durch die Stadt laufen. Ich kann am Abend das gleiche Kleid noch anziehen. Mit hohen Schuhen, ein wenig Schmuck, ein schönes Houla. Und es passt immer. Man ist immer gut angezogen. Es ist ein lokales Produkt. Es ist nachhaltig produziert. Und vor allem weiss ich, wenn ich es anhe, dass nicht 10'000 andere Frauen dasselbe anhaben. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich bin ein zweites Produkt. Ich bin ein zweites Produkt. Und ich bin ein zweites Produkt.